Das ist auch ein Schnelles-Bahn. Das ist auch so. Aufmachen. Auch schon. Nein, schon. Okay. Ich beschwere dich immer, dass du wenig Tiramisu kriegst. Das war's nur für dich. Und das Geschenk ist drin. Nein! Das Geschenk ist dem Tiramisu. Nein. Gut, dass ich zwei Kilo abgenommen habe. Du, können wir ganz schnell wachen, du nimmst noch mehr, ab ich noch mein Auto zum Wäsche. Alles geplant. Auto, Wäsche, bis du fertig bist, musst du richtig arbeiten, und dann darfst du was essen. Du kannst von mir sagen alles essen, du findest es nicht. Das garantiere ich doch. Wenn nicht, heb später auf, verspäte. Das musst du essen. Das kann ich vom Leben nicht alles essen. Das Schlimmste ist, der hat ja zwei Hälfte gemacht, und wir sollten jetzt anfangen, rechts oder links. Ich teile sogar, was drin ist. So, das hat der Papa auch. Hey, Schluppe, zwei so Dinger sind drin. Geldbombe. Wenn ich dich ohne einen Schluck, machst du vor, in den Knoten zu trinken? Dann würde ich mal fünf Liter Rizinusik enthalten, ich war lange aufs Kuchen. So drin, das glaub ich dir nicht. Doch. Soll ich jetzt essen, oder was? Sag mal, hab ich dich jemals angelobt? Das Geschenk ist doch drin. Ich esse sogar vorher davon. Das ist nichts Schlechtes. Genau das selbe wie die anderen Haare. Und selbst gemacht wieder, oder? Ja. Auf der Seite ist es rot, und den ich muss anfangen. Ja, aber das ist die Frutschle. Frutschle, Rami, du. Das sieh ich nicht, das find ich nicht, das muss ich essen. Wie, das find ich nicht? Das kann nicht sein, dass das ganze dickfressen muss. Das gibt's ja gar nicht zu essen. Dann hilf's auf, Sandra, dann du mal später noch mal filmen, nach dem Essen. Dann tu ich noch mal filmen. Und dann? Dann musst du gucken, was es ist. Ich stell's dann noch mal auf Eis, ne? Hahaha. Hahaha.